Mach mal möchte ich ein ganz alltägliches Outfit durch ausgefallene Accessoires aufwerten. Hier habe ich mich für eine Beindekoration aus Lede entschieden. Hier habe ich mich für eine Beindekoration aus Lede entschieden. Hier habe ich mich für eine Beindekoration aus Lede entschieden. Hier habe ich mich für eine Beindekoration aus Lede entschieden. Hier habe ich mich für eine Beindekoration aus Lede entschieden. Hier habe ich mich für eine Beindekoration aus Lede entschieden. Hier habe ich mich für eine Beindekoration aus Lede entschieden. Hier habe ich mich für eine Beindekoration aus Lede entschieden.